Ich verspreche dir, dass wir den Tierfreundetag, sobald die Schnupfenzeit vorbei ist, nachholen. Was sollen wir als erstes machen? Ich muss eine Liste erstellen. Wir sollten unseren Vorrat an Fühl-Dich-Messereis auffüllen. Eiscreme. Ich muss unbedingt eine Liste schreiben mit allem, was wir noch brauchen. Uns fehlt noch Medizin, um die ganzen verschnupften Tiere zu versorgen. Oh nein! Sprint, hast du auch einen Schnupfen? Ja, ganz schlimm. Komm, dann bringen wir dich so schnell wie möglich in dein kuscheliges Bett und mach dir keine Sorgen. Ich werde mich gut um dich kümmern. Ich weiß, was du jetzt brauchst. Etwas von dem Fühl-Dich-Bessereis. Wie fühlst du dich, Sprint? Sprint! Schwester und ich haben gehört, dass es dir nicht gut geht und haben ein paar Blumen für dich. Oh, das ist so süß von euch. Die Schnupfenzeit scheint früher zu beginnen als sonst. Ich weiß. Sprint und ich wollten gerade an unserem Bastetierfreunde-Tag etwas unternehmen. Können wir dir bei irgendetwas helfen, Vanessa? Na ja, das Fühl-Dich-Besser-Eis geht mir bald aus. Denkst du, du könntest rüber zum Eiswagen gehen und Neues von den Pinguinen holen? Ah! Oh! Na sicher. Twist und ich haben nichts dagegen. Nicht wahr, Twist? Twist? Achiu! Sie muss sich bei Sprint angesteckt haben. Ich weiß, was da jetzt zu tun ist. Ihr beide braucht viel Ruhe und jede Menge Fühl-Dich-Besser-Eis. Ja! Bitte sehr. Und jetzt ruht euch schön aus. Ich bin im Handumdrehen zurück. Ich bin im Handumdrehen. Ich bin im Handumdrehen.